Wir sind die Gruppe Mix'n'Roll von der TSG Steglitz Rhönrathurn. Es wird diese Unterschiedlichkeit, also zum einen vom Alter sind wir doch alle irgendwie ziemlich viel vertreten und irgendwie sind dann bei den Kindern welche dabei, Schüler, Studenten, Berufstätige, also irgendwie aus allen Kreisen und Gruppen kommen wir hier zusammen und sind alle total unterschiedlich, aber wie beim Sport ist es dann so eine Gemeinschaft, die total gut funktioniert und es harmoniert total schön. Im Rhönrath geht es nach Altersklassen und wir haben eigentlich ganz viele erste Plätze in allen Altersklassen geholt und da sind wir sehr stolz drauf und in Berlin gibt es insgesamt sieben Rhönrath-Vereine und drei, die es ernsthaft betreiben und da waren wir relativ erfolgreich und ja, das macht Spaß. Wir haben den Amateursportpreis am meisten verdient, weil wir die Corona-Zeit überstanden haben, wir haben uns draußen getroffen und haben auch im Park Gymnastikübungen gemacht, wir haben über Skype jeder in seinem eigenen Schlafzimmer Kraftübungen gemacht, wir sind seit mehr als 20 Jahren zusammen, die meisten sind hier ewig zusammen und wir wollen diesen Zusammenhalt und was wir hier erlebt haben und was es uns alles persönlich gebracht hat, auch anderen zeigen und andere motivieren Sport zu machen und diesen Zusammenhalt zu erleben. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich freue mich. 6ache S greatly, ich für ihn.